Okay, dann gehen wir den bösen Leuten, die unsere Schwester hinrichten wollen, mal helfen. Obwohl ich das nicht verstehe, können wir den nicht einfach umbringen? Oh, das ist wirklich ein Becken, in dem sich Hass und Wut und Furcht und sowas sammeln. Das soll das Reich zerstören? Die Legen besagen, dass Seelen versuchen Hoffnung und Träume in das nächste Leben zu tragen. Doch gleichzeitig müssen sie Wut, Traurigkeit und Hass beiseite legen. All diese Verzweiflung sinkt in die Tiefen der Erde. Und das ist es, was wir vor uns haben? Was passiert, wenn wir sie berühren? Keine Ahnung. Und dann, wir sind die ganzen, wir sind den ganzen Weg hierher gekommen, sollen wir sehen, was passiert? Nein. Kennt ihr das, wenn man so glaubt, Entwickler... Entscheiden, sehr dumm. Wir können einfach umdrehen, beiden den Kopf abschlagen und mit unserer... Schwester wieder nach oben gehen. Fertig, aus. Warum sollten wir da jetzt noch das Reich retten, wenn die so trotzdem vorhaben, unsere Schwester zu töten? Ist unser Main-Charakter ein bisschen dumm? Kann das sein? Okay. Ich bin nicht verletzt, aber ich bin nicht verletzt. Was ist das für ein Ort? Okay, kämpfen. Komm her. Wo ist das? Das? Ja, das ist das. Oh, fuck. Und hier unten, das habe ich gelesen, weil ich wegen den epischen Waffen so angenervt habe, weil ich da kein Schwert bekommen habe. Hier unten, bei diesen kleinen Mobgruppen, können epische Waffen droppen. Der Sound, ey. Man, mega viel Lackert droppen halt hier epische Waffen. Boah, ich würde hier... Wir haben den Spielstand auf jeden Fall von vorher... Ach so. Oh, get away, don't worry. Ach so. Nicht Heilung, epische Waffen, wir werden doch zuspielen. Ja, das ist gut. Das war's für mich. da auf jeden fall kann man hier unten in welch was für eine rate das ist nicht riesen wie suche waffen kann man nur so nervig sein ich kann es nicht wiederholen ich kann es nicht ich kann es nicht Das war's für mich. Dann werde ich hier später, glaube ich, farmen müssen, wenn hier wirklich epische Waffe drücken können. Habe ich den Grund des Teichs erreicht? Oder bin ich im Jenseits? Hey, Junge. Hör auf zu grübeln. Das ist es nicht wert. Wie bitte? Hier gibt es keine Hoffnung. Willkommen im Schatten-Teich. Oder sollte ich sagen, im Oni? Nani? Im Oni? So. Ja, wir sind in seinem Inneren. Wenn Seelen ihre Verzweiflung abwerfen, während sie in das nächste Leben übergehen, sammeln sie sich hier. Dies ist die dunkle Seite der Wiedergeburt. Wut, Traurigkeit, Hass. Sie alle sammeln sich hier. Das ist es, woraus der Oni besteht. Und wenn der Oni groß genug wird, wird er den Schattenteich verlassen und die Welt der Lebenden verschlingen. Solange es Menschen gibt, wird es auch den Oni geben. Egal wie oft man ihn tötet. Er wird zurückkommen. Wacattro. Die Menschen haben den Oni erschaffen. Einst war die Welt riesig, aber der Oni zerstörte jedes Mal, wenn er erwachte, ein wenig mehr davon. Nun ist dieses Reich alles, was bleibt. Und bald wird auch dieses Reich zerstört werden. Der Oni wird das Königreich verschlingen, wenn er das nächste Mal erwacht. So ist das also. Der Oni wird so lange existieren, wie es die Menschen tun. Wenn die Menschen sterben, wird auch der Oni sterben. Ja. Dein einziger Weg, den Oni zu zerstören, ist die Menschheit zu zerstören. Danke. Woher weißt du das alles? Ich verlor mein Leben in einem Kampf gegen den Oni, lange bevor dieses Reich existierte. Er verschlang meine Seele. Es gab noch mehr Leute wie mich, aber mit der Zeit wurden sie alle Teil des Oni und schlossen sich den Reihen der Gefallenen an. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Also warte ich auf diesen hoffnungslosen Ort, an diesem hoffnungslosen Ort, bis auch ich einer der Gefallenen werde. Haaah. Ich bin so müde. Gib auf, wenn du weißt, was gut für dich ist. Du wirst hier keine Hoffnung finden. Okay. Was war das? Du hast es auch gesehen. Das war ein Druckbild. Fragmente der Hoffnung und Träume, die vom Oni verschlungen wurden, fanden ihren Weg zu dir und zeigten dir eine andere Welt. Sie denken, dass du ihre letzte Hoffnung in einer Welt ohne sie bist. Ich habe einst das gleiche gesehen, aber jetzt nicht mehr. Bald wirst du auch darauf warten, um zu einem Gefallenen zu werden. Du bist ein Geist. Verlorener Hoffnung, der irgendwo... ...der nirgendwo mehr hingehen kann. Nö, tschüss. Okay. Loot, ich will Loot. Ich schwöre, selbst wenn ich hier offscreen stundenlang grinden muss, ich werde nochmal ein besseres Schwert irgendwann bekommen. Vielleicht da an sie der Tour. Könnte es wahr sein. Schön so stehen bleiben. Nicht schlagen, einfach. Danke. Ach. Das Falsche. Falsche Waffe. Natürlich ist das ein Epic, Alter. Jetzt... Das Spiel mag mich wirklich nicht. Das ist ein Zuspiel. Ich will ein Epic Schwert jetzt. So hier nicht. Von jedem einen scheißen Epic. Nur nicht von der Klasse, die ich die ganze Zeit durchspiele. Das kann doch wohl nicht sein. Das ist doch wieder was falsch programmiert, oder? Komm, jetzt. Nein! Spiel, nein! Alter. Jetzt kriegt der Wolf auch noch eine Epic-Klaue als Waffe. Sorry, Leute. Ich suche jetzt hier alles ab nach einer Truhe, wo ein Epic-Schwert drin ist. Das kann doch nicht sein, ey. Oh, du, du, du... Ne, ne, ne... was hat dieses spiel gegen mich das ist doch also du hast ein epic du christian epic mit drei slots du hast vorhin auch irgendwann noch mal was mit drei slots gekriegt du hast wenn auch irgendwas mit drei slots gekriegt du müsstest genau du hast hier das bollwerk epic du hast eben gerade episch der sogar zwei epische schon hat es glaube ich nichts weiter und er hat den epic er hatte auch glaube ich das war nur seltener trotzdem was mit drei slots hallo hier wo ist meins falsche farbe klasse spiel ha 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 レベルアップね はっ 切り込む 立ち切る はっ はっ 頼むぞ 切り込む 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 Nö, einfach nö. Nee, ihr seid hässlich. Geht weg. Jetzt geh hier nochmal. Nö, hier oben am Rand war auch nichts. Dann. Willkommen in Tayo. Ich suche noch einen Weg, den Uli zu besiegen. Ach ja, also dann. Neshan, komm schnell her. Wir sind... Sie wird gleich gebärt. Ich bin gleich da. Verzeih mir, Reiser. Bitte binde dich doch an... Neshan? Geh schon, Neshan. Ich leiste dem Reisenden gesellschaftlich. Dann. Er ist ein kluger Junge, was? Klüger als viele der Erwachsenen hier. Also, was führt dich hierher? Ich suche noch einen Weg, den Uli zu besiegen. Verstehe, in diesem Fall solltest du mit unseren Kriegern sprechen. Warte einfach eine Weile, sie werden bald zurückkommen. Vielen Dank. Was ist denn los? Ist etwas passiert? Eigentlich... Einige der Gefallenen sind in der Nähe aufgetaucht. Alle gingen dorthin, um sie zu bekämpfen, aber es läuft nicht gut. Flieh, solange du kannst und bring dich in Sicherheit. Ich kann mit deinem Schwert umgehen. Lass mich euch helfen. Danke. Wir müssen schnell handeln. Sie kämpfen westlich vor allem. Aha, aha, aha. Also da, wo wir gerade oben waren, bestimmt. So, erstmal hier nochmal ran. Ein Savstead machen, für den Fall, dass da wieder... ein Boss-Gegner kommt, der ein Epic droppt, damit ich den noch ein paar Mal probieren kann. Einfach nur so random, dass wir vielleicht mal ein Schwert bekommen. So, hier Autosave. Und dann mal sehen. Da sind sie, ja. Da kommt er, da kommt er. Genau so stehen bleiben wir. Oh, 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 darf ich aufstehen, danke. Beruhigt euch, beruhigt euch. Ganz ruhig. Na? Darf ich? Ich darf nicht aufstehen, danke, Spiel. Ich kann aufstehen. Ich kann aufstehen. Hier ist es. Ich kann aufstehen. Oh, wie der Skill abgebrochen. Ich kann aufstehen. Ich kann aufstehen. Verwirrt. Krass. Ja, jetzt geh doch weg da. Ich muss hinter die Trollas da. Wie der Skill abgebrochen. Hey, haben die mich aus der Phase rausgeschlagen? Ich muss hinter die Trollas da gehen. 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 Das war's für mich. Jetzt trifft das nicht. Jetzt trifft das nicht. Ja, lass mich los. Lass mich los spielen, danke. Oh Gott. Warte, 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 so. Nein. Okay, so nicht. Hm. Die Viecher, denen du Boden gehst, halten mich halt fest. Die Viecher, denen du Boden gehst, okay? Die Viecher, die sich nicht unbedingt langsame Stoddung. Die Viecher, die die Wiederhosen, die nicht minder understand. Der war nicht in der Tat, die nicht ohne Stoddung. Die Dauberfläche, die sich nicht zu ver azulharren. Anniose Stoddung... Wenn ich nicht die Dauer, jetzt nicht in der Tat. Das珍 ist das Zell. Ich habe das. Willkommen herrung. Das kann ein bisschen dauern, Leute. Tja. Du sollst herrassen. Danke, Kiel. Hatsch. Hatsch. Nein! Nein, ich faszinierere mich. Aber dass die auch alle auf einem Platz sind. Das war's für mich. Okay, das war gut. Untertitelung. BR 2018 Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Okay, das war nervig. Danke für die Hilfe. Ich bin Rado. Ich bin Kagashi. Wie ich hörte, suchst du noch einen Weg, den Uni zu besiegen. Nun, da solltest du dich besser beeilen. Die Zunahme der Zahl der Gefallenen bedeutet, dass der Uni bald erwachen wird. Wir Krieger müssen uns auf die bevorstehende Schlacht vorbereiten. Ich vermute, dass... Der Vater Nakia wurde mit einem gesunden kleinen Jungen gesegnet. Wunderbar, ich bin gleich da. Ich glaube, das Schicksal hat uns zusammengeführt, Meister Kagashi. Okay, bitte komm mit. Wo ist mein Drop dafür, dass ich so viel erleiden musste, gar nicht? Geht es dir gut, Nakia? Ja, Vater. Hast du dich für einen Namen entschieden? Ja. Das habe ich. Ich werde ihn Hutu nennen. Das ist... Ein schöner Name. Hallo, kleiner Hutu. Das ist... Neues Leben, das ist es, was den Menschen Hoffnung schenkt. Schau doch, der Sturm hat aufgehört. Die Götter sind uns heut. Hutu ist wirklich gesegnet. Hast du einmal Zeit, Meister Kagashi? Was ist das? Das ist also die Welt, wie sie einmal war. Und sie trägt auch einen Namen. Das klagende Reich. Das klagende Reich. Das Reich, in dem der Oni wohnt. Wo der Oni wächst, bis er sich erheben kann, um die Menschheit zu zerstören. Das hat er immer wieder getan, wie man an dieser verwüsteten Welt sehen kann. Die letzten paar tausend Jahre der Geschichte sind nichts als die Konik eines einzelnen Kriegers. Und nun sind nur noch wenige Menschen übrig. Diesmal werden wir die Tragödie jedoch endlich beenden. Wir werden den Oni besiegen. Danke. Ich habe gehört, dass der Oni aus den Herzen und Köpfen der Menschen geboren wird. Dass wir uns selbst zerstören müssen, um den Oni aufzuhalten. Selbst wenn das stimmt, können wir unsere Waffen nicht niederlegen. Wir haben Leben zu schützen. Also wirst du gegen den Oni kämpfen. Selbstverständlich. Ich bin auf dem Weg, um mich meinen Kameraden anzuschließen. Das darfst du nicht. Du wirst nicht in der Verfassung zu kämpfen. Lass mich deinen Platz einnehmen, Vater. Bleib zurück und führe unser Dorf weiter an. Ja. Seine Bewohner sind der einzige Grund, warum ich es so weit geschafft habe. Obwohl meine Arbeit noch nicht getan ist, gehört mein Leben ihnen. Vater, bitte. Ich bin... Vor allem muss ich dir als Beispiel dienen. Ich muss dein Vorbild sein. Keine Sorge, mein Sohn. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Kann ich dich damit beauftragen, über uns zu wachen und das zu Ende zu bringen? Sollte das Schlimmste passieren, musst du fliehen. Nimm das, was du hier gelernt hast, in das nächste Leben mit, damit der Oni zerstört werden kann. Verstanden. Lass uns gehen. Ich kümmere dich um alle, Lucian. Das werde ich, Vater, solange ich lebe. Kümmere dich um meinen Vater. Wir werden uns bald auf den Weg zum klagenden Reich machen. Ich weiß, dass ihr schon sehr lange kämpft. Dieser Kampf wird nicht einfacher als der letzte. Wir haben miterlebt, wie uns Elige, unsere Mitstreiter im Kampf gefallen sind. Aber ich bin hier, um euch zu sagen, dass wir nicht zu befürchten haben. Jeder unserer Schläge bringt der Welt das Leben der Lebenden neues Licht. Meine Mitstreiter, wir kämpfen, um die zu schützen, die wir lieben. Wir kämpfen für den Schutz der Welt der Lebenden und für den Frieden für unsere eigene Welt. Wir kämpfen für die Zukunft. Für die Zukunft. Hadi. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Okay. ich kann eins von den beiden jetzt aufwerten selbst wenn ich die epischen dinge heran macht bekomme ich nur plus zwei dazu 2.000 waffen steht ja oben 92 von 2000 ja machen wir im nächsten part weiter und gucken mal dass wir darüber ins andere land kommen und ciao Leute